Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Unboxing mit mir, den Galvatron. Ja, und den Unpacking wird. Hallo Leute, ich bin auch mal wieder da. Ich bin aus dem Urlaub zurück. Ich war ja im Gefrierfach, weil mir so heiß war. Ja, und jetzt bin ich wieder da. Heute unboxen wir ein PSP-Spiel, ein PS3-Spiel, ein Xbox 360-Spiel und zwei Anime-DVDs. Und ich übergebe den Torsten. Ja, also wie er gesagt hat, unboxen wir heute für die PS3 ein Spiel, und zwar No More Heroes, Heroes Paradies, für die PSP Wipeout Pulse und für die Xbox 360 Bladestorm, so 100 Years War, also der 100-jährige Krieg. Und für DVD habe ich mir im Anime-Bereich Animations-Warner Korimi gekauft, von Anime House, aber dazu mehr. Und am Ende des Videos werde ich viele, viele User von euch grüßen und empfehlen. Ihr wolltet ja gegrüßt werden, habt es mir da unter den Unboxen von Death4Dead 2 und Dead Island beschrieben. Ja, und jetzt machen wir das heute. Am Ende hilft ihr mir noch, hoffe ich, mal wieder am Parking-Bild. Ja, klar, nee, ich helfe dir auch so, Alter. Ist kein Ding, aber einer muss das ja auspacken. Ich kann es nicht. Aber du machst das gut. Ich würde sagen, wir als erstes packen wieder das PSP-Spiel aus. Ja, das ist Wipeout Pulse. Wer keine PSP hat, das Spiel gibt es auch für die PS2, wurde das umgesetzt. Ja, ich habe darauf Lust bekommen, als ich letztens bei der Frau Zimi das Spiel gesehen hatte. Und dann habe ich die alte Demo von dem ersten Wipeout für die PSP gespielt. Und dann habe ich mir jetzt das in dieser PSP-Essence Tales-Serie gekauft. Wahrscheinlich spreche ich es wieder falsch aus. Jetzt komme ich wieder unter meinen Kommentaren, unter meinen Videokommentaren. Das spricht man so aus. Ich kriege es so ähnlich auf die Reihe, Leute. Er ist von Studio Liverpool entwickelt und von Sony vertrieben. Ist ab zwölf Jahren. Jetzt packen wir das mal aus. Na, toll. So, ich lege es einfach mal an die Seite hier. Da sieht es von vorne aus. Zurück zu einer Seite. Ja, die Zukunft fast, nee, die Zukunft fast in Alt-Tempo heran. Antigrafinationskämpfersport der Spitzenklasse. Tempo im höchsten Onktarenbereich. Hightech-Waffen, Atemraum, eine Strecken. Sieben anderer Linien, Spielmodi. Mehrspielerrennspaß über Wireless, Wieland für acht Spieler. Dank Infrastruktur. Ne, ich kenne es gar nicht schon, was steht da. Infrastruktur. Und Ad-Hoc-Modus. Pausierender Soundtrack mit 16 bekannten Künstlern wie Kraftwerk, Stunt Nation Warriors, Manson, Loco Dice, Steve Layers und viele andere. Spieler, ein Player, 500, was steht da, 400, 544 KB, Wireless-Kompatible zwei bis acht Spieler, Game-Sharing, Wireless-Kompatible zwei bis acht Spieler über Internet. Ja, so sieht es aus. Sieht eigentlich ganz gut aus, die Grafik. Die UMD. Ja, das hat man mich, glaube ich, gesehen. Eine Anleitung, wahrscheinlich in Farbe, lose Farbe. Also das Cover ist schön. Die Anleitung klebt auch. Aber das ist jetzt nichts so Besonderes. Ich gucke da auch mal. Kurz, neutral, also richte ich nichts Besonderes. Ey, ich richte die Zukunft, Mann. Nein, Quatsch. So, das war das Erste. Dann würde ich sagen, packen wir das PS3-Spiel aus. Normal Heroes, Heroes Paradies. 100% Uncut. Ähm, da gibt es ja die zwei Wii-Teile, äh, und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, sind das auch die 2 Wii-Teile. Auf der PS3 halt nochmal in verbesserte Grafik. Das ist so, wenn ich die Schlaufe aufkriege, könnte ich das auch unboxen. Das klebt hier aber so. Aber jetzt habe ich es. So, also das Cover finde ich schon mal erstmal schön. Wahrscheinlich wegen dem Mädels findet der am Park in mir das schön sexy. Ja, 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 das stimmt. Also ich finde die echt knoffig. Knoffig? Du bist auch knoffig. Ja, ich bin auch knoffig, aber die sind einfach heiß. Ja, es hat 18 von Konami. 100% Uncut. Töte einen Helden, um einer zu werden. Travis Touchdown arbeitet sich in der United Assassin's Ascuration nach oben. Und tötet die 10 besten und höchsten Killer, um Nummer 1 aufzusteigen. Töte oder werde getötet. Bist du bereit? Neue HD-Grafik. HD-Gefeinde per Playstation Move. Also es kann man auch per Playstation Move spielen. Unkontrolle. Neue Very Sweet Modus und zusätzliche Boss-Charaktere. Ein Spieler braucht 2811 MB. Six Bewegungsfunktionen. Unterstützungs-Dual-Vibrationen. 720p Netzwerkfunktionen. Ja, also ich wollte mir das immer schon für die Wii holen, die beiden Teile. Wenn das gut ist und das sind die, werde ich mir die irgendwann nochmal für die Sammlung sowieso holen. Aber ich habe mir jetzt erstmal das gekauft, weil das so 19 Euro gekostet hat. Die Diss finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Die Anleitung ist ziemlich cool. Das habe ich auch schon bei einem Unboxing. Sieht aus wie so ein Comic. Sogar in Farbe. Hier, kannst du es dir nochmal angucken. Oh, die Blonde, die macht mich irgendwie an, Thorsten. Ruck, Zitterfrost. Aber wir sind ja eine Unterhaltungssendung für Kinder und Erwachsene. Also, halte ich mich mal zusammen. Ja, und ich fand auch den Anime-Look des Covers gut. Deswegen habe ich mir auch gekauft. Komplett ein deutsches Comic gewesen bis jetzt. Aber die Anleitung ist echt toll. Riecht auch super bis hier oben. Das hat er jetzt nicht gesehen. Und mir wird gerade ziemlich heiß. Nicht wenigen Comic-Leute, sondern wenn er einfach warm ist. Ich dufte mal. Ja, riecht super. Boah, das ist echt, das ist wieder so ein geiler Duft. Hier am Parking, du kannst auch mal duften an der einen Seite. Die riecht göttlich, Thorsten, göttlich. Ja, das war Norman Hibos. Ich meine für 19,99 Euro, ich nehme es gerne mit. Hat das ein Wendekammer? Ich glaube nicht. Ne, hatte nicht. Hat hier auch der Kalko gezeigt. So. Dann kommen wir zu den Xbox-Spielen. Das ist jetzt hier die PG-Fassung. Das Spiel heißt auf Deutsch Blatestorm, der 100-jährige Krieg. Zum Koi. THQ hat es hier vertrieben. Ich habe mir die PG-Version gekauft, weil die deutsche Version kostet 60 Euro. Und ich habe dafür jetzt 25 Euro bezahlt bei Ebay. Dann habe ich es mir mitgenommen, weil die PG-Version ist komplett auch in Deutsch spielbar. So, erstmal die Fakten. Ein Spieler braucht 15 MB Safe Game Hard. TV 724 bis 1080 Spiel. 60 hat es auch nie. Dolby Digital 12, Gewalt. Ja, und es ist so eine Art Kessen ist, dass es mögen ja viele Spielplastik 2 oder kennen kaum welche. Es ist komplett in Deutsch, es ist ein Synchrones Deutsch. Und man kann dann in so, ich sage mal Gaststätten, Neukrieger, Einheiten bewerben. Und man kann dann so Hack'n'Slay mäßig sich durch die eigenen, also durch die gegnischen Reihen anschlagen. Aber hat auch immer eine Truppe dabei. Also ist sehr gut gemacht. Das ist wie Tapperwild. Ja, die Anleitung noch. Das ist natürlich dann alles in Action, alles in Farbe. Es ist natürlich nicht, ich meine alles in Englisch und natürlich nicht in Farbe, aber hier ist alles in Farbe. Finde ich sehr gut. Da sind die Charaktere. Kingdom of England, also das sind die Englischen, das sind die Französen. Das spielt in der Zeit von Jan Dark auch. Wurde ja für den Westen entwickelt. Sollte sich wohl gut verkaufen, hat es wahrscheinlich nicht. Aber ist, also das Spiel gibt es für PS3 und Xbox. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr das irgendwo gebraucht oder günstig seht, kauft euch das. Das ist echt nicht schlecht. Ja, halt da war noch hinten was drauf. Gundam, Dynasty Warrior Gundam. Den ersten Teil habe ich, den zweiten nicht, den dritten Teil habe ich und den finde ich super. Also das ist jetzt kein Hack'n'Slay wie Dynasty Warrior, aber das ist mit Strategie und du kannst dich erobern und Generäle töten. Hat ein paar, das hat eigentlich schon viel Hack'n'Slay, aber auch viel Strategie. Kann dich nur empfehlen, wenn ihr sowas mögt. Ja, dann kommen wir zu den Anime-DVDs. Das ist eben Animations-Wanakurumi. Soviel ich weiß, geht es hier darum, dass der Job des Anime-Zeichners hier vorgestellt wird in den Filmen oder in der Serie. Ich glaube, es gibt auch nur zwei DVDs. Die habe ich mir beide bei eBay gekauft für 5 Euro zusammen. Immer einen Trick für ein Studio arbeitet. Welcher Anime-Fan träumt davon nicht? Film Mikiko ist der Traum wahr geworden. Durchgleich an ihren ersten Tag bei dem Studio-Petit erlebt sie eine haarsträubige Überraschung nach der anderen. Nicht nur bekommt sie aufgrund ihres Namens den Spitznamen Korumi verpasst, sie ist auch plötzlich dafür verantwortlich, die verschobenen Mitarbeiter des Studis dazu zu bringen, den Zeitplan einzuhalten. Damit die aktuelle Episode rechtzeitig auf Sendung gehen kann, eine Aufgabe, die sie sich sicher in den Rand der Verzweiflung bringt. Nicht nur Anime-Fans werden diese turbulente, herzerfrischende Komödie lieben mit Korumi, wer sich jedoch identifizieren können, nee, das ist jetzt eine Korumi, nee, halt lieben, mit Korumi wird sich jeder identifizieren können, der irgendwann einmal dafür sorgen möchte, dass irgendwas rechtzeitig fertig wird. Korumi-Schöpfer Akira Tadashi, Mitarbeiter unter anderem bei den letzten Blühmünchen, der übrigens auch ein sehr guter Anime ist, Bokuran, Basket Saver Mayonet, wurde bei vierten Animations-Kobe-Festival mit einem Preis für seinen Schaffen, für seinen, für seine, nein, für einen Preis für seinen Schaffen ausgezeichnet. Charmante OVA über die Arbeit in einem japanischen Zeichentrickstudio. Korumi verdient einen Platz in ihren, in ihren Regat zwischen den Manga-Zeichen-Kursen und How-Do-Animation. Anime-Haushalt vertrieben, das geht Comedy ist Genre, also, was glaube ich, Genre ist Comedy, die vor dem neuen Regionalcode Laufzeit 40 Minuten, extra Trailer, Hintergrund eben für uns ungekostet, japanische Regionalfassung, sprache japanisch-deutsch untertitelt Deutsch von 2002 ab sechs Jahren freigegeben. Also ich habe keine Ahnung, wie der ist, ich habe es mir einfach gekauft, weil das, das hat sich interessant angehört, ob die fünf Euro beide, da sage ich nichts. So sieht, sieht das aus, die sieht ein bisschen vom Zeichen, ist die jetzt älter aus, aber schön finde ich die. Hier ist noch so ein 2008, glaube ich, was ist das, Katalog, um sehr, lass ich davon zeigen, selbst nicht so schlimm. Hier, Voltron, das habe ich früher auch gerne geguckt auf Air Trail 2, gab es ja auch mit Autos, Saber Rider ist auch cool, habe ich, Dirty Parry, nee, Dirty Pay, oder wie das heißt, das ist doch auch von den Randarzeichen, glaube ich. Das kenne ich jetzt nicht, sieht aber gut aus, 3D-Sing, klingt doch ziemlich gut, ich hoffe ihr wollt, ich tue es mal nicht, dann die zweite Volume, das wird jetzt so ab 18, da kriege ich noch Ärger, habe ich wieder so ein Häffchen, nur nicht, lass ich das aber beschlossen. So, Laufzeit 44 Minuten, also 4 Minuten länger, extra, Trailer aus dem Hintergrund, eben von ungekürziger Originalfassung, japanische, deutsche Sprache, untertitel Deutsch, ja, hier, so sieht die aus, das Häffchen zeige ich jetzt nicht, so, jetzt grüßen wir noch ein paar User, und beziehungsweise empfehlen die auch, also, ich hoffe, wir haben keine vergessen, oder hast du noch nicht allotiert, doch, doch, ich habe allotiert, doch, keine Sorge, also, als ersten grüßen wir, empfehlen wir Lars LPS, also Let's Plays macht der, dann D1234 Heroes, der macht Collection Videos, so Animes mit Mangas, oder auch, äh, Unboxing glaube ich, dann, Unboxing 1995, der macht Unboxing zu PC spielen, PS3 spielen, und eine Menge andere, ich weiß gar nicht was alles, ja, und jetzt übernehme ich, ich grüße die, äh, ich grüße die, Saiko H. OTD, und ihre Freunde, Sarah, Laura, Julia, ja, und dich natürlich auch, Franzi, ein dicker Spazer von mir an euch, tja, dann grüßen wir die Mist, Jasmin HD87, die macht Let's Plays, mhm, so, so, Super Mario ist, also Super Mario 3 ist gerade ihr Projekt, aber sie hat auch noch andere Projekte, wie Kirby, und, äh, ja, 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 dann wollt ihr gegrüßt werden, Videokamera TV, äh, ich hoffe, du bist jetzt glücklich, und freust dich, ähm, netter Abonnent von mir, eigentlich alle meine Abonnenten sind nett, ja, wieso bewegst mich denn dann so, also, die sind ja alle nett, dann, Playt White Julian, äh, der macht Unboxings, zu Mangas, Playstation 3 spielen, zur Zeit nicht so viele, aber, er macht welche, und dann, äh, hoffentlich sprechen wir es richtig aus, der Bass Schaffer 09, wahrscheinlich hast du es falsch ausgesprochen, Thorsten, also den Patrick, hallo Patrick, dann wollt ihr gegrüßt werden, der Schiff 686, und der Super Mario Toro, Super Mario Toro, also, wenn es nicht richtig ist, wir wählen alle Namen, glaube ich, unten in, ne, wir wählen alle Namen natürlich unten in die Liste, äh, liken, und eure Kanäle könnt ihr euch ja da gegenseitig angucken, vielleicht blenden sie hier auch ein, mal gucken, dann Super Teddy 008, der macht Unboxings, Mr. Enzio Auditore 555, oh, Auditore, wann kommst du hier, du bist ja gar nicht mehr dabei, du bist ja, ne, teilt ist es ja wieder ein anderer, und dann den NNTD Zocker, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, spricht man es so aus, also, er macht auch Unboxings und Reviews, dann der Let's Play Frido, und noch zu guter Letzt, der Toro, Samusi Baro, ne, Toro, ne, Toro Samma, ne, Toro Samusi Baro, Linusa, oder so, schwerer Name, ist ein User, der macht Collection Videos, unboxing, wahrscheinlich irgendwann mal, er hat eine leichte Behinderung mit der Sprache, aber er macht es trotzdem gut, und das finde ich sehr bemerkenswert, also auch mal reingucken, und als letztes grüßen wir den Metal Gear, Dario Let's Play, das waren alle, ich hoffe ihr seid jetzt glücklich, dass wir euch gegrüßt haben, und wir haben, ja, wir hoffen, es hat euch gefallen, das ist viel wichtiger, ja, wir werden über Kommentare, und wir werden euch freuen, wünschen euch einen schönen Tag, genießt das Wochenende, macht's gut Leute, tschüss, tschüss, tschüss.